Wie bedauerlich Bericht von der Analytik Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen Achso Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen Diese Unruhestifter Die Kameras in Abschnitt E Sind ausgefallen Der Direktor Ja, ja Kein Grund zur Besorgnis Gewiss nicht, die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen Ja, selbstverständlicher Direktor Not amused Wir wissen, wohin diese Ratten wollen Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag Dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen Denn wenn ihr das nicht schafft Schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front Sir Jetzt guckt doch nicht so Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich Zu Leuten, die mir nützen Das er am Ende halt immer nochmal lachen muss, ne? Der Gang ist hinter dem Container Zieht die Bäuche ein Ja gut dann Erstmal herzlich willkommen natürlich wieder zurück bei Final Fantasy 7 Remake Ich will immer Remix sagen, ich weiß gar nicht warum Remake Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eine sah aus wie ein Skorpion Das Ding gerade Hm, womit könnte man das vergleichen? Hm? Äh, ja Gute Frage Ist doch völlig egal Reiskocher Platte Wartungsgang Okay Ich glaube, wir haben es gleich geschafft Kann man zwischendurch eigentlich mit Leuten reden hier? Ne, ne? Also mit Wenn ich jetzt mit Tiefer reden wollen würde sieht es aus, als wäre ich irgendwie ein Creep Dann lass ich es mal lieber Alles läuft nach Plan Hm Unser Aufzug Ja, ist halt ein Träumchen Dann komm mal her Zugestiegen bitte die Herrschaften Gut, geh ich selber Oh Hm Ist es längst Ich wollte schon sagen, noch lästiger Dann lassen wir uns mal überraschen Ich liebe es, wenn Plan Wenn Plan E funktioniert bestimmt, oder? Ich liebe es, wenn Plan E funktioniert Bestimmt A-Team-Anspielung Ah, schön Lieb ich schon jetzt Hier hören die Schnelligkeit ans Charakter Ist das zu weniger Zeit benötigt die automatische Aufladung Ah, sehr gut Da fühlt sich die Schnelligkeit da Unter anderem Hoffe ich Der Himmel über den Slam Hier müssen wir durch Zu Reaktor 5 Ich fürchte, das wird nicht leicht Ha Für uns alles kein Problem Da ist der Pfeiler von Reaktor 5 Also, wo lang? Plan E über F G Und dann H Noch mehr Ausweichpläne? Daher die Abschnitte Nein, wir sind in Abschnitt F Also über G Weiter zu Abschnitt H Mit dem Aufzug von Abschnitt H Kommen wir bis kurz vor den Reaktor Dort müsste Vicks schon auf uns warten In den Slums geht der Tag langsam zu Ende Kommt Gehen wir Das ist schon ganz cool Also über uns Hier ist die Platte Da wo die Wohlhabenden leben Da unten Hat man gesehen Sind die Slums Das da unten sind die Slums Und wir sind jetzt da Wo wir quasi hochgeguckt haben Zu der Platte Wo wir dann den unteren Teil gesehen haben Da krauchen wir gerade Unter der Deckenabhängung quasi entlang Kann man sagen Oh, das ist ein Verkaufsautomaten Ich guck mal was der hat Potion Aber keine Musik Ist ein bisschen schade Ich guck trotzdem was er hat So kaufen Gegenstände Fachmacher Kuriert Schlaf Ah, brauchen wir das? Wahrscheinlich Später Lederschutzreif Macht den Hut ein bisschen nach unten Hat dafür zweimal Ah, ja, ja, ja Schon ganz gut Ein schlichter Armreif Den die Bürgerwehr der Slums In Eigenproduktion herstellt Warum ist denn der hier? Der Barrett könnte den super gebrauchen So ein Lederschutzreif Und wir eigentlich auch Weil wir momentan hier nur Ich würde ihn gerne für uns kaufen Auch wenn der Zauberhut ein bisschen runter geht Ein und von Wir sind gerade bei 41 Der geht auf 31 runter Okay, ich lass es mal erst mal Weil ich bin mir nicht ganz sicher Ob das Schlecht für uns ist Accessoires Der Seelenohrring Das kennen wir alle schon Schutzwächte Äh, Wächte Schutzwächte Außerich Heilen Das kennen wir auch schon alles Okay Na gut Da brauchen wir nix Und wir healen mal ganz kurz Falls noch nicht geschehen Vielleicht eine gute Idee Sich mal ganz kurz hinzusetzen So, TP und MP geheilt Weil ich mich allein hier Mit meinem breiten Arsch Auf die Bank gesetzt habe Während die da unten auf mich warten Weil ich nicht an den Start komme So, da sind die Slums Sind hier ein bisschen größer Als da, wo wir rumgelaufen sind Ohne Netz und doppelten Boden Sei still und lauf rüber Äh Einfach nicht nach unten sehen Äh Das ist nicht meins Ich hasse sowas Vielleicht eine Abkürzung Wir fallen direkt in unser Bettchen Hinter dem Tor Da liegt Abschnitt, Gang Ja, warte Ich brauch ein bisschen länger Jeder braucht seine Schwächen Und meine sind Höhen Und vor allen Dingen Kisten Gegengift Oh, wunderbar Da ist nix unterschlagen Nein Okay, ich muss ganz kurz gucken Ich bin sofort da Das ist ein bisschen hell Der Schalter für diesen Strahler Der Schalter für diesen Strahler So, okay Was ist teurer als ein Maler Der Schalter für diesen Strahler Mh Äh Wer geht fein gekleidet Gerne auf eine Gala Der Schalter für diesen Strahler Mh Welcher Witz wird immer banaler Der Schalter für diesen Strahler Gut Ich lass das mal Oh, hallo Truhe Drei Heiltränke Das reicht ja gerade für zwei HP So, lass mich raten Den Strahler Ui, der ist hell Müssen wir wahrscheinlich gleich ausmachen So Der Schalter für diesen Strahler Wo denn? Ein Kontrollraum Sehen wir nach Ah, okay Ob das Tor gar nicht benutzt wird? Ich glaube hier oben Feiert sich generell niemand Bei Verstand hin Aber irgendwer Muss die Anlage doch warten Ja, müssen Müssen muss hier gar nichts So Dann Geheift alles aus dem letzten Loch Hoffentlich gehen die Geräte noch Supply Surcuit Surcuit Okay Na gut, dann Drücken wir mal Und? Shortage Na sowas Stromversorgung unzureichend Na sowas Na sowas Oh 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 Statt zum Ausleuchten der Slums Oh Kurzgesagt Wenn wir das Licht da ausschalten Geht das Tor auf? Aber was sollen die Leute In Sektor 4 Ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor In die Luft jagen Gehen die Strahler So oder so aus? Ja, hast recht Gehen wir zurück Okay, das gefällt mir dann aber gar nicht Anscheinend wird der ganze Strom hier Für die Sonnen der Slums verwendet Entweder das Oder kein Schwein Kümmert sich um die Wartung der Anlage Das Licht erleichtert uns das Leben Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist Aber die Bewohner Ach, das ist Ach, das ist mal eine schwierige Frage Das ist jetzt eine schwierige Frage Wir schalten denen da unten quasi die Sonne ab Aber solange die Sonne läuft Ziel ist halt Energie aus dem Planeten Der halt echt verrottet langsam Wow Von hier aus sieht man erst mal Wie riesig so eine Sonne ist Und der Schalter ist natürlich am Ende Der Leiter Wie? Noch weiter nach oben Ich übernehme das Okay Wir warten hier unten Das heißt das hier ist gar nicht die Sonne Das ist gar nicht das eigentliche Licht Sondern das kommt erst da unten aus diesem riesigen Ich weiß nicht was raus, oder? Wow Aber bei dem künstlichen Licht Puh Ob das eine Sonne ersetzt? Ich wage ja dran zu zweifeln Ach guck mal da ist wieder ungeziefert Da müssen wir wahrscheinlich nachher noch lang Wir kommen da überall noch lang Kein Problem Oh, kalt Okay, warte Jetzt lass mal So, jetzt geht's aber Stromversorgung wiederhergestellt Türmechanismen werden aktiviert Na also, hat geklappt Danke, Cloud Oh oh Bin ein bisschen unhappy damit Hä, da horchelt immer noch Jetzt die Sonne halt rot Schöner Sonnenuntergang Ist doch schön Die können sich mal nicht beschweren Die haben alles da unten So So Damit werden wir in Abschnitt gehen Ja Von hier aus geht es zum Reaktor Diese Netze Ja Auch hier hat es sich ganz offensichtlich Jemand gemütlich gemacht Ja, 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 ja Tja Wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat Auf dieser Scheißplatte So Nach G kommt H Kann man da rein? Nee Dieses komische Auge da drauf Oder was immer das ist Das ist alles sehr widerlich hier Das sind alles so Eier, glaube ich Gut, dass die alle noch nicht geschlüpft sind Sonst hätten wir ein Problem Okay, meine Schöne Die weniger, desto besser Fertigkeiten Fertigkeiten Und holt sie Da ist noch einer Ich nehm trotzdem den Ich weiß, dass die alle noch nicht geschlüpft sind Die haben wir nachher noch wieder zurückgelaufen Ja Bleibt nur die andere Richtung zu nehmen Natürlich Das kommt ja überraschend Aber auf dem Rückweg Auf dem Rückweg Auf dem Rückweg, Freunde Wir sollten die jetzt schon mal ausschalten Ich sag's nur Bequemer wird's nicht mehr Wir sollten die wirklich jetzt ausschalten Ihr seid echt Deppen, wenn ihr es nicht macht Wir wissen noch ganz genau, wie das läuft Die können bestimmt noch Notstrom umleiten Oder irgendwas Was, was krechselt denn da? Achso, die Lampe da oben Boah 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 Das ist doch hier herunterzuleiten, oder? Vor allem ist das auch viel umständlicher, dass hier her Giftmüll Juhuu Ist doch viel umständlicher, dass hier herunterzuleiten, oder? Statt einfach schornsteine zu bauen, da oben. Hier, guck mal, da auch über- oooooooieieieiei Alter. Oder wie die wollen hat, dass die Bürger da unten klein und schwach bleiben. Das kann natürlich auch sein. Lebenserwartungen unterschrauben, damit es nicht so viele alte gibt, dann kostet jetzt das Gesundheitssystem nicht so viel. Direkt mal meinen Aluhut bügeln. So, Gegengift. Werden wir bestimmt alles brauchen. Okay. Von, von da kamen wir glaube ich, oder? Kamen wir von? So. Nicht runter gucken. Alles okay Claude? Leck mich! Nein, nichts ist okay! Hast wohl auf die Materia geschielt, was? Ja, loben! So nah und doch so fern. Der Weg von Vorheel ist nun auch versperrt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Vielleicht sind wir ja auch einen Weg zu dieser Materia. Die Materia will ich auf jeden Fall ha- Haben. Darüber geht's nur weg, oder? Obwohl, sieht nicht so aus, als würden wir von da noch wegkommen. Ich- Wir gehen erstmal rüber. Wir räumen da mal auf, dann gehen wir wieder zurück. Hoffe ich. Die Herrschaften. Ich- 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 So. Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinaus findet. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lähnchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth. Heißt es, nicht wahr? Ich habe es ja auch schon oft vorgelesen. Ach süß. Sehr sweet. Allheilmittel. Das hört sich ja gut an. Das würde ich gern mal erfinden. Okay, wie gesagt, hier ging es ja eh nicht weiter. Ja, okay. Wäre schön gewesen, aber wir müssen wieder zurück. Und dann nach oben. Ich mag das mit den Lichterketten. Am Treppengeländer. Haben wir übrigens auch hier zuhause. Hatte ich mit jetzt, glaube ich, in den letzten beiden Wohnungen. Und hier haben wir das auch. Mit Lichterketten am Treppengeländer. Ganzjährig. Unabhängig von Weihnachten, weil es einfach schön aussieht. So, beeilt euch mal ein bisschen, Freunde. Kein Ross ansetzen. Okay, wo geht's hier hin? So nah und doch so fern. Da will ich noch nicht hin. Da kommen wir auch noch nicht hin. Okay. Lasst uns nochmal den Weg überprüfen. Ja. Gerne. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Mhm. Ja, ja, ja. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm. Da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Das stimmt, aber bevor wir da hindüsen... Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. So. Das haben wir natürlich schon gesehen mit den Slums. Etwas furchtbar. So, zweimal Gegengift, bevor wir da lang latschen. Gucken wir natürlich, ob wir hier noch irgendwo lang kommen. Nein, hier kommen wir offenbar nicht lang. Ärgerlich, ärgerlich. Ich will auch an die Materie ran. Ich kann leider hier auch nicht gucken, ne? La la la, der Weg zur Route, pipapo. Der Weg zu Abschnitt H. Abschnitt F, Frachtaufzug. Abschnitt F, Kontrollraum. Da waren wir schon drin. Da ging es überall... ...nur hoch. Okay, wir sind hier. Und da müsste es rechts von uns irgendwie runter gehen. Hier geht's... Ah, nee, da geht's hoch. Okay. Okay, also hier vorne rechts nach oben. Hä? Das ist mit der Krater manchmal ein bisschen komisch. Huch, das wollte ich gar nicht. Ähm... Da sind die beiden anderen. Ich bin quasi gerade über der Leiterlinie nach oben. Ich will unbedingt das Materia da... das da rumwagen, ne? Blubu! Warten wir es ab. So, erstmal ne kleine Analyse von Blubu. Ja... Nur kein Über... Ein amphibisches Lebewesen, das äußerlich einem Fisch ähnelt und feuchte Lebensräume mag. Obwohl es eher scheu ist, ist es dafür bekannt, Menschen bei Sichtkontakt aus Furcht anzugreifen. Keine taktischen Informationen verfügbar. Stäber, Wachmacher, wirksam, Schock, Blitzschock, Fertigkeiten, Hölle im Schaum. Ja, hallo! Das war's schon. Schade. Ah, okay. Igitt. Auch alle eingewichst. Mit so'n Zeug. Da hinten leuchtet noch irgendwas lila. Guck mal, da hinten. Da... Aber ich will mich nicht davon entfernen. Ich will ja da hin. Also ich hoffe, ich hab keinen Weg übersehen, was hier sehr schnell geht. Ich würde gerade gerne nochmal zurückgehen und da nochmal gucken. Okay, wir kommen jetzt wieder runter, aber wir kommen... Oh Gott. Wir kommen dann hier lang. Und dann müsste es aber hoffentlich irgendwann wieder runter gehen. Nach G kommt H. Ja. Okay, wir sind ja eh noch nicht durch hier oben. Oh! Seht mal! Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Ich hab keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runter gucken. Ja. Jetzt hab ich runtergeguckt. I feel you, Barrett. I feel you. Ah. Angst gekriegt? Ich doch nicht. Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet. Oh! Barrett! Guckt nach vorn und lauf! Ich würd hier kriechen wegen Windschatten. Mir nach, Leute! Ich würd durch den Windschatten, Leute. Wow. Ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. In den Windschatten der Röhre, man. Leute. Das ist doch nicht so schwer. Dann sieht man für die Sekunde uncool aus. Ähm. Was? Ich kann mich nicht umgucken leider gerade. Was denn im Lüftungsschacht? Ne. Da ist ja... Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Ähm. Obwohl... Höchstens ein paar Sekunden. Hm. So. Da kommen wir grad eh nicht hin. Vielleicht später. Ich hoffe... Ich hoffe, wir finden das später noch. So. Gut. Wir kommen wieder ein bisschen zurück in die Richtung, wo das andere Materia war. Und ich will das Rote da oben unbedingt. Das war doch bestimmt wieder ein Viech. Vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja. Das muss er sein. Okay. Ich bin auch noch nicht zufrieden. Strahle Einzug. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung. Stromversorgung unzureichend. Ja. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Boah. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Der bei H2. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen. Sind das Licht, Shinra, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tch. Wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Okay. Ich probier immer noch zur Materie zu kommen, ne? Was ist das für ein Geräusch? Das ist nicht das, wo wir, wo das Ding eingebrochen ist, nein. Der wird schnell, weil die Schatten oft laufen. Das wird ein Spaß! Rencial in die Zubignal! Hier ist Seth, St seize eine Herzschmerzung. Das sind die Engagepläge. Da gehen Sie in die Gefängnis. Ihr habt das Gefühl, was sich zu sagen. St halte ihn und zu machen. Ah! So, die haben wir auch. Oh, okay, eine Sonne hätten wir auch direkt. Ja, ja, ja. Warte, bevor wir Licht ausmachen. Erstmal gucken. Truhe. Truhe. Eine Phönixfeder. Nice! Vielen Dank! Na, guck mal da unten! Wir sind doch rein zu hoch! Wir müssen mit dem Fahrstuhl von vorhin runterfahren, glaube ich, den wir da gerade gesehen haben, wo ich dann vorbeigelaufen bin, weil ich dachte, wir wären hier schon richtig. Hallo? So. Oh, okay. Zumindest ein bisschen. Das wäre Strahler Nummer eins. Jetzt noch die beiden Strahler da. Ja. Ach. Abwehrsystem wird hochgefahren. So, ein Zufall. Wow, was für ein Zufall. Ich wollte ja... Das Abwehrsystem? Ja. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Ich wollte das ja vorher weghauen, aber ihr Professoren wollt ja nicht hören. Entschuldigung. Da ist nichts. Da ist natürlich nichts. Unbefug der Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Mittelstreckengeschütze. Ha! Ein klarer Fall für meinen Einsatzatz. Nächstes hält uns auf. Na, dass man ja heiter werden. Zumindest dich nicht an. Die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Okay. Was bist du denn? Ich will erstmal zum Fahrstuhl, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Ich drück hier trotzdem mal auf. Die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Ja. Warte. Ich glaube, da drüben können wir auch hin, ne? So. Okay. Okay. Ich will trotzdem mal zum anderen Fahrstuhl dahin. Was immer hier auf uns wartet. Hi Mogri. Eine Truhe. Das ist ja auch schön. Muss ja auch mitgenommen werden. Vereinsam sonst. Turbo-Äther. Entschuldigung. Ich schieb die Freunde einfach beiseite. So. Bin ein richtiger Menschenschuber. Ach. Barrett. Wirklich? So. Wenn wir ihn nicht hätten. Toll. Muss unser Glückstag sein. Ja. Aber. Erstmal. Auf. Ja. Das war alles. Wo war der Fahrstuhl, den wir gesehen haben? Boah, das ist echt sehr labyrinthisch hier alles. Ah, hier können wir die Stege verschieben. Bevor wir was verschieben... Geht der nach oben oder nach unten? Der geht... Der geht nach oben, okay. Vielleicht sind wir schon da, wo wir sein müssen. Von da kamen wir, ne? Genau, da kamen wir hier rüber. Haben hier diese Dinge getan. Hier müssen wir später... Hier bauen wir die drei Dinger. Genau. Er war's. Wir können nicht runter, ne? Wir müssten irgendwie... Können wir da rüber runter irgendwas? Wir müssen eh noch zu dem Licht, zu dem Schalter... Da sind noch so ne komischen Brückenabschnitte. Da oben liegt noch was schönes drauf. Und da hinten ist da, wo ich eigentlich hin wollte. Aber jetzt will ich auch da hin. Zu dem pinken Leuchten da drüben, da will ich auch hin. Und zum roten Leuchten, Ventilator. Es gibt so viel, wo ich hin will. Okay, erstmal gucken, wo ich hier ankomme. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Äh... Erst müssen wir die Strahle ausmachen. Äh... Bitte. Entschuldigung. Ich hätte da unterrechnen müssen. Ich bin ein bisschen doof. Ah. Der Strahle ist aus. Dann hier rüber. Wo ist der nächste Strahle? Ja, ja, war das. Oster, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Oh. Nein, nicht der Alpha Laser. Kämpf einfach. Die Hippos kennen wir noch nicht, ne? Da will ich gerne mal kurz eine Analyse reinhauen. Wieso werden die nicht angegriffen von der Selbstverteidigung? Ein amphibisches Lebewesen, das feuchte Lebensräume mag und sich vom Blut anderer Lebewesen ernährt. Es spürt seine Opfer durch Vibrationen und Temperaturveränderungen auf. Diese Kreatur dreht sich, wenn sie eingeschüchtert ist. Währenddessen ist sie gegen Nahkampfangriffe gefeit und sollte mit Fernwaffen bekämpft werden. Oh. Sobald sie aufhört, sich zu drehen, ist sie schockanfällig. Oh. Nahkampfangriffe bringen nichts. Also, momentan Barrett, der Hero. Aber ich geb nicht auf. So. Was kann ich hier da sagen? So. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Erzähl mal was Neues, ist doch schön. Weil wenn man das Gleiche sagt. So, ich hab das Problem, ich weiß dann immer nicht von wo wir kamen. Man kann sich echt schnell verirren. Kamen wir jetzt von hier? Hier sieht alles gleich aus. Ich sollte mir Orientierungspunkte merken. Von hier, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das merk ich an dem Licht. Weißt du? Das ist sehr dezent. Okay, keine Truhe. Dafür Licht. So. Prima. Das Licht ist aus. Und da wollen wir auch ein bisschen hin, ne? Cool. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Wegen der Rundführung? Ehrlich gesagt nicht. Fand ich grad ein Liebesangebot. Würde ich gerne annehmen. So nah und auch so fern. Komm ich da drauf? Da drüben. Da. Ich puste. Dann fällt es runter. Ach, leider nicht. Na gut, dann hier. Okay, die fahren also weder hoch noch runter. Gut zu wissen. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Ja. Die Welt braucht nur eine Sonne. Die echte. Schildras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Das stimmt. Hatte aber auch recht. So, gleich mal hier rüber. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen. Wo ist der letzte Strahler? Ja, warte, 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 warte. Erstmal müssen wir noch was anderes holen. Der letzte Strahler. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jessie und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Okay, wir kommen da schon hin. Truhe. Und dann geht es da noch schon gleich weiter, ne? Ich hoffe. Bitte sagt, dass es da weitergeht. Das macht mich nämlich ein bisschen kirre. Da muss doch durchgehen, guck mal. Ach, da ist ja auch hier die Sonne. Oh Gott. So, warte erstmal hier im Laden gucken. Laden dazu, hier gibt's... Ja, leider. Da hinten ist auch nix. Nix. Gar nix. Okay. Das brauche ich hier. Hoch, runter... Ach, Vertik... Oh, okay. Warte. So. Da haben wir noch einen Steg. Und den müssen wir nämlich ein bisschen anders platzieren, glaube ich. Damit wir da rüber kommen. Ich hoffe, das wird dann gehen. Vorher werde ich nicht weitermachen. Bevor wir nicht die... Ach, da. Okay, Gefährlichkeit. Schwertsturm. Erstmal auf den Kollegen hier. Ach so. Ach so. Nice! Was ist alles? Cooles Teamwork gerade. Das sah echt cool aus. So. Das Ding hier ausschalten. Und dann sind wir immer noch nicht fertig. Wie gesagt, ich will zumindest die beiden Materias haben. Die aus dem Ventilator... Werden wir die dann kriegen vielleicht? Ich glaube nicht, ne? Ventilator müssen wir ausschalten. So. So. Alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut. Also zurück zum Abschnitt H1. Ah, nicht so schnell. Nicht so schnell. Wir haben ja noch ein bisschen was. Hoffentlich ist Jesses Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Schimmre ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja. Da hast du recht. Zum Glück bist du für Vetsch angesprungen, Cloud. Ist doch selbstredend. Für uns zumindest. Für Cloud vielleicht nicht unbedingt, aber für uns. So. 118 Meter in die Richtung. Wie kommen wir da hin? In diesem... Ja, gewollten Labyrinth kann man sagen. Okay. Ich... Bin mir grad nicht so sicher, wie ich da hin komme. Wir müssten zu H06 irgendwie. Wie kommen wir zu H06? H06. Ich fahr nur mal ganz kurz rüber. Ich will nur mal gucken, ob es da einen Fahrstuhl gibt oder so. Irgendwas anderes in der Richtung. So wie hier. So. Ich will nur sicher gehen, ne? Also nicht wundern. Na hallo. Gehen wir zurück zu Abschnitt H1. Nein. Das tun wir noch nicht. Wir haben noch andere Pläne. Achso. Achso. Ja. Ihh. So. Fertigkeiten. Schwertsturm. Oh. Alter. Gegenstand. Ich trinke mal einen Supertrank. So. Magie. Ich glaube Feuer bringt bei denen gar nichts, ne? Feuer bringt bei denen gar nichts, ne? Na? Feuer. Feuer. Ich bin da. Hm. Keine Gewalt. Palacke. Wie schmeckt ihr das? Wie schmeckt ihr das? Ehhh. So. Fertigkeiten. Oh. Ich bin grad in, äh... Ein bisschen. So. Ja, Limit kann ich leider grad... Also kann ich grad natürlich schon machen. Aber erstmal... Lohnt sich nicht mehr. Okay. Zwei Königinnen. Das ist aber schwer bewacht, natürlich. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Warte mal, was ist das da? Nichts, okay. Warte, von da kommen wir ja. Hallo. Ja, das ist wahr. Ich hoffe das klappt. Ja. Ja. MP-Boost. Ja, na gut. Aber schön, dass es da ist. Ich weiß nicht, wie groß der Boost ist. Aber schön, dass es da ist. So. Damit hätten wir den Weg auch. Und wir kriegen das andere Ding auch gleich. Was ich nochmal schnell mache, ist natürlich hier ein Heiltränkchen. Und was ich nochmal schnell mache, ist natürlich ein Heiltränkchen. So. Ach, hier ist gar nichts mehr. Na gut. Haben wir trotzdem ein Heiltränkchen gemacht. Ja, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Hat sich's gelohnt? Elementar-Affinität. Elementar-Affinität. Juhu. Yeah. Ich wünschte, ich wüsste wieder zu der roten im Ventilator kommen. Hätte man sich die einfach so holen können? Können wir nochmal zurück das ausprobieren? Ich würde vorher speichern. Hätte ich vorher machen sollen. Würde ich gerne wissen. So. Flops. Vielleicht können wir's nochmal schnell probieren. Dauert ja nicht so lange, oder? Na. So, cool. Dann haben wir beide. Die beiden haben wir schon. Nur die rote. Die wertvollste. Die... Ah. Mhm. Wir kommen gleich. Noch nicht. Pass auf, ich mach folgendes. Ich speichere mal hier. Speichern und laden. Die Zeit können wir uns heute ruhig noch ein bisschen nehmen, ne? Ist jetzt doch nicht so wild. Din 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 din. Bäm. So. Oh. Hast du etwa die Orientierung verloren? Nein. Ich bin nur völlig von Sinnen. Ich muss das probieren. Sonst lässt es mir keine Ruhe, weil ich weiß nämlich nicht, ob wir da später vielleicht hinkommen. Was natürlich sein kann. Durch die Dinger zu greifen wird wahrscheinlich... Ist wahrscheinlich ne echt beschissene Idee. Okay. So, wartet nicht auf mich, ne? Ich komm wahrscheinlich nicht zurück. Ich werd gleich sterben. Okay, wir kommen da gar nicht erst hin. Ich kann hier wieder zurück gehen, aber wir kommen... Wir kommen gar nicht erst dahin. Ist quasi wie ne Alpha-Wand. Hier endet alles. Nein! Wir kommen noch bestimmt später nochmal an diesen Dingern vorbei, oder? Da müssen wir noch vorbeikommen. Oder es war nur ein Tease. Wo wir gar nicht hinkommen. Ach, ärgerlich. Oder auf dem Rückweg. Vielleicht auf dem Rückweg. So. Na gut, aber... Wir haben es probiert. So. Weißt du was? Die Heiltränke hätte ich mir sparen können. Ich setz mich einfach hier nochmal hin. Uff. Uff. Ui, 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 ui. Ah. Das tat gut. Na dann. Wollen wir mal. Stromversorgung wieder hergestellt. Lift-Elektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf nimmer wiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Ja, zum Hauptlift. Das ist ein sehr großer Lift. War da nicht noch irgendwo Materie? Vielleicht sollten wir nochmal nachsehen. Ja. Also beim Ventilator kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Oder ich muss die Ventilatoren irgendwie anders ausmachen, aber ich glaube das geht nicht. Die Materie, die beiden haben wir gefunden. Zum dritten, ich würde mich in den Arsch beißen, wenn es da doch irgendwie hingeht. Shit. Hast recht. Gehen wir zurück. Ich sage euch was. Wir sehen uns wieder, ne? Wenn ich auf die Zeit gucke, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und ich gucke mal zwischen den Folgen, ob ich nicht irgendwie an das rote Ding rankomme. Weil, wenn ihr auf nimmerwiedersehen ist, und wenn ihr das schon so antießt, mit dem war da nicht noch irgendwo Materie. Ähm. Vielleicht kommen wir da doch ran. Vielleicht gibt es doch einen Weg und ich... Warte mal. Warte mal. Wo geht es hin? Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen viel. Ich mag den. Ok. Friendos. Vielleicht nicht auf dem Rückweg. Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Mach ich sofort. Erstmal noch hier gucken. Oh. Und wieder ne Schokobo-Sieg. De-de-de-de-de. Geile Version. Electric de Schokobo. Schön! So Waffenrüstung. Oh wir haben noch ein besonderer, wir haben noch was gefunden gerade. Das wollte ich auch noch ausrüsten. Materia, TP Boost. Plus, zehn, plus, 50. Ah, jaja, ok. MP Boost hat man ja auch. Kann man maschentlich auch zwei kombinieren, ja. Ok. Sollte ich die kaufen? Lohnt es sich das, die zu kaufen? Ich meine, wir können offenbar viele einsetzen. Ich weiß aber nicht genau, ob es jetzt lohnt, die zu kaufen. Ob wir nicht noch genug kriegen. Aber die sind ja offenbar sehr special zu finden. Und die sind ja auch teuer. Komm, so ein TP-chen kaufe ich nochmal, ne? So. Okay, und was ich auch noch gucken wollte, wir hatten noch, äh, bada bada, Ausrüstung. Was, wir hatten noch einen Eisen, ne, wir hatten noch einen Reif gefunden, magischen Armreif. Physische Abwehr, minus 10. Ein Armreif mit einem schlichten Muster, der vor Magie schützt. Oh, okay. Ähm, würde ich später nochmal gucken. Ich rüste ein bisschen später aus, das mache ich mal gerade nicht. Steuern für die Lüfter? Ja. Du, das... Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Oh, ja. Bitte geben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Vorgegebene Zeit? Fertigkeiten, Schwertsturm. Wo ist sie hin? Hades. Aua. Fuck. Schaffen wir das? Alter, wenn nicht immer... Das ist doch nicht schaffbar. Es ist vorbei! Der Feind ist geschwächt. Das ist nichts. Was? Abschlagen! Nichts überstürzen. Es geht los! Gib auf dich achten! Wurde schon ungeduldet. Na dann. Puh. Sperre aufgehoben. Zugriff autorisiert. Puh. Also dann. Ja. Oh ja. Oh ja. Hallo Schatz. Ich liebe dich. Komm zu mir. Was? Schokobo. Wunderschön. Frag nicht, was da für eine Sper drin steckt. Ich auch. Schokobo und Mockeri? Wat? Was wird das denn im Kamm? Oh Gott, das wird ganz furchtbar. Das wird ganz furchtbar. Oh Gott. Und ganz furchtbar. Großartig. Okay, weißt du was? Schoki, Schokibob. Pack ich mal. Ganz ehrlich, das pack ich zu Barrett. Schokobo pack ich zu Barrett. Weil, äh, hier. Ifrit haben wir mit Feuer. Er ermöglicht die Beschwörung. Oh Gott, guck mal, im Video. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird, die physischen Attacken dieses eingespielten Teams verursachen entweder Windelementaren, Stimpeed oder elementneutralen Mockeri-Bombe-Schaden. Das wird so gut. Das wird so gut. Das wird so gut. Oh, da freu ich mich drauf. Ja, damit haben wir das doch noch eingesammelt. Juhu. Schöööön. Schööön Schötchen. Ah, zum Glück haben wir das hier geschafft. Und, vor allen Dingen, erstmal das hier. Noch eine Medaille. Ich weiß gar nicht was wir Medaillen bringen Und hier hinten, wo war denn das? Wo war denn hinten? Hier hinten War da ne Truhe Dann haben wir das ja doch noch jetzt gemacht In der Folge So ich lass das mal ne? Ich stell das nicht wieder zurück So So weiter geht's Jetzt aber Vielen Dank fürs zuschauen Und bis zur nächsten Folge Wenn wir wahrscheinlich Den nächsten Reaktor sprengen Vielen Dank fürs zuschauen und Ciao Mit V Tschüss Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I'll never stop, I'm doing it You're cruel But that is cruel Now I'll be you And I will be you For loving you To be the Burke, I'll be you Arronade Wooo $35m Vielen Dank.